Falls dein Selbstvertrauen noch unzureichend ist, denk daran, niemand ist von Anfang an perfekt. Selbst ich hatte einen Makel, man gab mir zu viel Mitgefühl für menschliches Leid. Aber ich habe mein Handicap überwunden, das meine ich ernst. Ja genau, und in dem Sinne herzlich willkommen zurück zu Portal 2 im Co-op mit dem Schwarz-Weiß-Polaroid. Hallöchen ihr Lieben und mit dem guten Usurpator. Hi. Hallo. Ja, wir machen weiter. Wo wir aufgehört haben. Hm. Äh, okay. Hier kann man zumindest nicht runterfahren. Und hier sind die Portale weg und hier muss ein Würfel rein. Hier ist eine Zielscheibe. Knapp geworden. Da oben ist bestimmt irgendwas. Ja, hier oben ist ein... Ah. Hallo. Das ist witzig, das mache ich noch mal. Du musst da rein und dann kannst du da... Guck mal, guck mal da. Das ist lustig. Du kannst dich hier durchschießen lassen. Wo kann ich mich durchschießen? So, Sekunde. Hä? Hä? Ach, Quatsch. Wuhu. Macht voll Sinn, was wir machen. Ach, da oben sind noch... Nee, das sind nicht die. Nee, das sind wir rausgekommen. Nee, das sind wir rausgekommen. Äh, okay, pass auf. Die Logik gebietet... Ich zeige dir, was die Logik gebietet. Und zwar, die Logik ist ganz einfach. Äh, pass auf. Ich mache hier das Gelbe. So, und jetzt gehen wir durch dein Portal und dann funktioniert das. Ja, aber dann und weiter. Ja, guck doch mal. Schwupp. Schwupp. Ah, hier fehlt ein Portal. Ah. Okay, Sekunde. Aber das ist schon nicht falsch, was ich gemacht habe. Ich glaube, während der eine fliegt, muss der andere rüberrennen und die Portale neu setzen. Kann das sein? Keine Ahnung. Ich fliege mal kurz erstmal rüber. So, pass auf. Jetzt bin ich hier. Wir brauchen aber nur eine Kiste für hier oben. Ah, von deswegen Portale neu setzen. Ich verstehe deine Logik. Aber ganz ehrlich, hä? Wo ist denn die Kiste, die wir brauchen? Wo kommt denn die raus? Das heißt, hier muss jetzt wieder ein Portal und da muss ein Portal gesetzt werden. Aber das macht doch keinen Sinn. Ist hier unten irgendwas? Nee. Was geht? Hallo. Ähm, aber raffe ich nicht. Wo kommen wir denn? Ich... Wo kommen wir denn da hin? Hm, entschuldige. Verdammt, wie komme ich hier wieder raus? So wie ich gerade. So. Oh, danke schön. Aber wie? Wo ist denn überhaupt der Würfel? Ja, eben. Das frage ich mich die ganze Zeit. Ach, da hinten ist der Würfel. Ah. Ah, lol. Aber... Wie kommt der da raus? Ach so. Ist da ein Knopf irgendwo? Es geht also darum, den Würfel zu schießen. Ich verstehe. Ich verstehe. Ähm. Nö. Aber das muss ja irgendwo ein Auslöser dafür geben. Warte mal. Hier ist... Ach so, das ist nur die Anleitung für das Jumphead. Okay, alles klar. Äh... Hier muss ja irgendwo ein Hebel oder irgendwas sein, um die Kiste da zu spawnen. Ist da oben... Da oben war nichts. Nee, da war ja nichts. Da oben ist ein Knopf. Dafür muss ich nur erstmal da hoch. Darüber muss ich über das Pad hier. Okay, alles klar. Ich verstehe. Ah. Ah, kannst du dich selbst... Du kannst ja da drüben bestimmt selbst... Ähm, dich selbst da rumschießen, ne? Ja. Nee, kann ich nicht. Nee, kann ich nicht. Ich brauche ja dein Portal, um den Speed aufzubauen. Nee, doch. Ah, doch. Komm mal her. Nee, brauchst du... Nee, du musst mich nur einmal hochlassen hier einmal. Kurz. Ach so, das hätte ich auch selber machen können. Fällt mir gerade auf. Aber hey. Ist egal. Okay, so. Dann fliegst du da hin. Genau. Und dann mache ich dich hier hin. So. Okay, das sollte funktionieren. Ja, ja. Das sollte theoretisch gehen. Gucken wir mal. Lassen wir uns das mal... Äh... Hallo! Wuhu! Wupp! Nicht schlecht. Wie war das denn nochmal mit dem Dings... Ähm... Mit dem Salto? Kuh. Kuh. Ah, danke. Ah, Kuh. Ich hab mit dir gelacht. Wuhu! So, wenn du jetzt den Knopf drückst, wird wahrscheinlich die Kiste hier kommen. Ja, ich denke auch. Ja, sie kommt. Und jetzt fliegt die... Ah! Die Kiste fliegt auch hier rum. Ich hab das Portal nicht mehr gehabt. Ja, geht ja. Ach so, ja, klar. Ja, stimmt. Ach so. Doch, warte. Mach nochmal, bitte. Ach, das ist ja easy. Drück nochmal drauf. Würfst du jetzt doch eigentlich ankommen, oder? Ja. Ist das witzig? Du musst jetzt genau den gleichen Weg fliegen. Flieg, flieg, hi! In der Luft. Und jetzt geht die Tür auf. Ja, du musst jetzt nur auch noch hoch. Ist da oben irgendwo ein Portal? Ach so, ich kann... Das ist nicht schön abgelegt. Nee, nein. Warte, nö. Ich muss nur neu auflegen, das sieht so aus. Warte, ey! So. Da oben ist keine Portalfläche. Nee, dann muss ich nochmal springen. Ja, aber... Ah, ich verstehe. Ja, ja, alles gut. Ich mach jetzt das... Nee, das hat ja keinen Sinn, oder? Bleib mal da oben. Ich versuch's mal, ich versuch's mal, ob ich das alleine hinbekomme. Doch, 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 klar. Das geht. Alles gut. Ja, klar. Das geht. Ich hab die Portale gesetzt. Jetzt setzt du deine. Das müsste funktionieren. Ach so. Theoretisch. Wow. Wir sind ja... Wir werden immer klüger, hab ich das Gefühl. Krass. Ey, Wahnsinn. Ich merk schon, mir wachsen Gehirnzellen. Das ist unglaublich. Das kribbelt ein bisschen, ne? Nee, das macht Kopfschmerzen. Ich brauch ne Tomaparin. Eine was? Ne Tomaparin? Kenn ich nicht. Das ist sowas wie Aspirin. Nur ein anderer Wirkstoff. Also geht's zum Beispiel bei mir besser. Ich vertrage... Also bei mir... Aspirin dauert ewig, bis das... Hallo. Tschüss. Tschüss. Ich bin auch. Wuhu. Nachmache. Hier brauchen wir die Kiste. Was ist das hier? Hier geht's zurück, wahrscheinlich. Hier geht's zurück, okay. Okay. Au. Aber das ist schon mal gar nicht so doof. Warte mal. Machen wir das mal da hin. Und hier hin. Und dann hier zurück. Wo ist denn jetzt aber... Wo kommt der Würfel? Ach, der kommt hier oben. Warte mal. Ich bin mal gespannt, wo ich jetzt hinfliege... Wo ist der Knopf? Es muss da hinten sein. Hallo. Wow. Scheiße. Ähm. Moment. Warte, ich mach... What? Ich bin in der Dauerschleife? Oh, lol. Ja, hör, deswegen. Ich mach will. Ich bin auf. Ähm. Das ist natürlich jetzt perfekt, äh... Denk-Atmosphäre. Also. Warte mal. Wo ist denn der... Wie geht's denn überhaupt? Da ist der Knopf. Okay, was auf. Warte. Da ist der Knopf. Dann kommt da das Ding raus. Mir wird schwindelig. Was ist denn das, was ist denn das für ein, äh, blaues Ding unter dem, unter dem Würfel? Wie für ein blaues Ding unter dem Würfel? Fing mal drauf. Ja, da wo der Würfel rauskommt. Johannes, zeig mal drauf. Ja, das ist schwierig. Warte. Da. Nein. Was, da? Oh, nein. Das da. Das blaue da. Nein. Das... Ich treffe dich. Sekunde. Ich weiß es nicht. Ähm. Oh, Ars. Nein. Oh, Gott. Das blaue Teil da. Du weißt schon. Ich krieg Kopfschmerz. Ich treffe dich. Ich treffe dich. Ich treffe dich. Das ist, glaube ich, nicht ernst gemeint gewesen. So, wenn ich das jetzt mal hier hin mache und das da hin und dann... Ja, das reicht aber nicht von der Entfernung her. Du musst mit dem Ding fliegen. Gut gemacht. Ach so. Ich muss, ah. Ich muss quasi in dieser, ah. Mhm. Musst du den fangen? Ja, möglich. Mach mal, drück mal drauf. Okay, nicht ganz. Ja, ich hab vielleicht ein bisschen... Ich muss das anders timen. Mach mal weiter. Alles läuft wunderbar. Kann ich überhaupt nicht so gaslich zu sein? Ah, knapp. Sehr gut. Da steht sagen, erhofft er nicht sehr gut. Ich bin immer ge... Nein! Oh, Gott. Scheiße. Das Timing war der Hammer. Los, da mal wieder rein mit dir immer. Mhm. Und alle, hopp. Ach so. Ich muss erst da hin. Und jetzt. Geil! Nicht ganz. Ich muss ein bisschen aufpassen, wo ich hingucke. Nee, zu tief. Ja, ich muss tief früher. Jetzt. Jawollo! Ja, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Boah, das nenne ich mal Teamarbeit, mein Freund. Wow. Das ist doch jetzt... Das war ja easy. Der macht immer den Tony Hawk in der Luft. Geil. Und zum Abschluss des Tests. Doch irgendetwas stimmt nicht. Ich bin High-Five. Hat der Tanz irgendwelche Auswirkungen auf euch? Lieber High-Five. Da. Äh, okay. Wow. Okay, alles klar. Das war bis jetzt... Entweder werden die Level leichter, oder wir werden bloß besser einfach. Ja, das ist... Wir sind einfach zu gut. Ja. Ich würde sagen, wir dürfen uns auch mal einfach gut zureden und sagen, hey, mein Gott. Bin ich gut. Ja. Wie war das mit dem... Zumindest muss einer vom Team gut sein? Ja. Wie war das? Ich sollte doch aufschreiben, was mich deprimiert. Ihr seid wirklich viel zu langsam. Hey! Entwickelt ihr etwa menschliche Gefühle? Braucht ihr etwas Aufmunterung? Vielleicht hilft das? Blue? Du bist das beste Roboter-Modell, dessen Entwicklung der Science je eingestellt hat. Äh... Warum kriegst du immer Lob? Die hat aber gesagt, dass es eingestellt wurde. Also es ist nicht so lobenswert. Au. Kann ich da... Das bringt, glaube ich, rein gar nichts. Au. Mach jetzt mal von der anderen Seite. Ey! Das... Nein, aber jetzt... Guck mal, mach deine mal wie meine. Dann geht das schon. Achso! Wir müssen dann nur gleichzeitig springen und uns nicht treffen. Ach, das ist fast schon, ja. Alles klar. Ja, gut. Wow. Wo ist die Schwierigkeit? F für Countdown drücken. Was? F für Countdown? Was will die Frau von mir? Also das Ding... Du kannst mit F nach oben, kannst du Countdown machen. Aber das bringt, glaube ich, hier nicht... Was ist das? Ein Aufzug, glaube ich. Möglich. Da muss auf jeden Fall der Laser hin. Wohin? Äh, hier. Ich hab das Gefühl, seit... Ach, guck mal. Das ist ja blöd. Oh, oh. Au. Okay. Hast du mich gerade reinschießen wollen? Nein. 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 Okay, da muss der Laser hin. Ich verstehe. Das ist ja ganz einfach. Warte, warte. Stopp, 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 stopp. Achso, nee, nicht stopp. Ja, toll. Ich komm da hinten aber nicht. Ah. Kannst du den, kannst du den weg? Jetzt, 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 jetzt. Ach, scheiße. Ich muss den halten. Ich muss den halten. Ja, jetzt. Oh, fuck. Ach, Quatsch. Geh mal rauf auf den Aufzug. Geh rauf auf den Aufzug. Geh auf den Aufzug. Ich muss das Ding halten. Ich weiß nicht, wie ich diese Tests noch einfacher mache. Da ist noch Platz. Da ist noch Platz. Du hättest es halten müssen. Also, ich jetzt halten müssen. Und du hättest dann einfach den Aufzug nehmen können. Au. Noch mal runter, bitte. Noch mal runter, bitte. Achso. Ich muss erst rauf. Jetzt. Schnell runter. Ich weiß nicht, vor wen ich muss. Ich muss mich übrigens nicht zernahmen lassen. Achso. Hey, das ist eine Portalfläche. Warum ist da eine Portalfläche? Ähm. Ja, für das, für das ist, für den Laser. Meine ist nur weggegangen gerade. Achso, achso. Warte mal. Ich warte erst mal, bis das komplett durch ist, oder? Ja, warte mal bis es komplett durch ist. Aber guck mal, da oben sind auch Portalflächen. Wo kommt man, wo, wo, wo kommen wir denn da hin? Wenn wir jetzt da hoch. Was bringt das denn überhaupt? Ich weiß, was es bringt. Du musst da hochfahren, springst dann in das gelbe Portal, fliegst dann über das rote Portal gegen das Ding. Das Ding schleudert dich irgendwo hin. Alles klar. Ja. Ich warte eben, ich warte eben, bis das Ding... Guck mal, da hinten musst du gegen das Ding fliegen. Da oben. Ah. Okay, 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 okay. Also ich glaube, das läuft, ich glaube, das funktioniert. Machst du mal dein Portal so, dass ich den Laser setzen kann? Äh, so, glaube ich. Ach nee, ich warte noch eben. Sekunde. Das wird sonst wieder nichts. Das funktioniert nicht. Angsthase, Pfeffernase. Nein, nein, ich trau mich, super. Ah, nein, 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 nein. Ah. Ich weiß nicht, wen ich lieber mag. Die Brecher, die euch zermalmen, oder die Remontageeinheit, die euch neu montiert, damit ihr wieder zermalmt werden könnt. Na komm, jetzt mach ich, ich mach's dir, mein Pfund, ich mach's dir. Komm, stell dich rauf, stell dich rauf. Ja, ja, hoch, 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 hoch. Ist das Portal noch da? Ich weiß nicht, ob es reicht. Los! Hab's. Ich hab's. Wo bist du? Tot. Blue? Hallo, ich bin tot. Blue! Oh, wo bist du? Hallo? Blue! Ach, du da hinten? Ah! Ah, Blue, da bist du ja! Ah, Blue! Bin ich ja auch? Orange! Orange is the new Blue! Was? Okay, Entschuldigung. Oh, oh! Da sind wohl die jungen Pferde mit mir durchge... Blue! Alter. Ach, scheiße. Moment. Mach mal. Wir brauchen? Glaube ich. Okay, nee, das passt schon alles. Rein mit dir. Danke. Ähm, ja, aber du hast da keine Portalfläche oder so, oder? Äh, stimmt. Oder kannst du es von innen öffnen, irgendwie? Nee. Kann ich den Würfel vielleicht dazwischen klemmen, zwischen die Tür, dass sie offen bleibt? Ich hol mir den Würfel. Aber ich bin gefangen. Ich kann's wieder aufmachen, kein Problem. Okay. Ich leg mal den Würfel vor die Tür. Und wenn ich dann, ähm, die Tür geöffnet habe, packst du mal den Würfel in die Tür. Mal gucken, ob die dann offen bleibt. Okay. Wäre jetzt mal interessant zu wissen. Ich bin bereit. Ich hab's nicht getroffen, okay. Komisch. Jetzt. Ich hab's verkackt. Okay. Hä? Bringt gar nichts. Scheiße. Äh, wie machen wir denn das? Ähm, okay. Mach nochmal auf das Ding. Ich will hier raus. Ich will hier raus! Hast du Platzangst? Ich hab Klaus pro Puppe. Angst vor Leuten namens Klaus. Es gibt hier halt ne Menge Portalflächen, ne? Ja, aber. Wow. Warum? Warte mal. Lieg einfach hier hin. Okay. Warum ist denn da so'n, so'n Symbol? Heißt das, dass bloß einer da sein muss? Ne, ne? Warte mal. Warte mal. Was hat irgendwas zu bedeuten? Ich weiß, wie's funktioniert. Doch nicht. Nicht mal getroffen. Ähm. Ach, wir sind doch so. Ne, ne. Hä? Warte, 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 warte. Das macht keinen Sinn. Hallo. Äh. Können wir vielleicht, können wir vielleicht, ne, können wir nicht. Von da oben irgendwo raufspringen? Das bringt aber auch, glaube ich, auch nix. Ne, ich verdränge gar nichts. Ah. Warte mal. Guck mal, hier kann ich wieder den machen. Okay. So. Danke. Bitte. Ah. Ja, aber, äh, und was nun? Pass auf, da kann ich, da kann ich Speed aufbauen. Den Speed brauche ich dann, um... Ne. Doch, doch. Ne. Doch. Brauchen wir überhaupt den Würfel? Ich glaube nicht, ne. Ach, ich bin ja so drauf. Oh mein Gott. Lass mich mal da durch. Da drin ist doch keine Portalfläche, oder? Ach ja, stimmt. Ach, fuck. Hä? Das war das Problem. Da drin ist ja nix, ne? Ah! Warte mal. Ah Gott! Das ist mir echt so doof. Du musst den... Du musst den, glaube ich, von da oben fallen lassen, damit der noch ein bisschen unterwegs ist, damit wir beide... Ja. Oh, mach du. Bla, la, 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 la. Jetzt bin ich mal gespannt. Komm her, komm her, komm her, komm her. Nice. Wow, wow. Das ist einfach nur easy. Wow. Das macht mir Angst. Haben wir endlich durch für die Kantine? Ich muss pullern. Können wir rechts ranfahren? Ich will ein Burger. Fahren wir zum McDonald's? Wann sind wir schon da? Ach ja, ist bestimmt traumhaft, mit Kindern Autofahren ist schön. Ich habe als Kind sogar im Auto so viel Hunger gehabt, dass ich den Schwamm sogar angefangen habe zu essen, weil ich dachte, das wäre ein Brötchen. Den Schwamm? Ja. Ich dachte, es wäre ein Brötchen. Seitdem bist du also so, ja? Für diesen Test müssen wir nur noch die Projektpläne finden. Keine Auflegung, sie nützen niemandem. Sie sind völlig langweilig und wertlos. Okay, das sieht ja anders aus. ...element, um herauszufinden, wie viel Denkzeit ihr für die wertlosen Dokumente verschwendet. Die richtige Antwort lautet 0 Sekunden. Okay. Warte mal, ach, das sind Portalflächen hier? Ah ja, okay, alles klar. Okay, verstehe ich, verstehe ich. Wenn das eine Portalfläche ist, Sekunde. Hier geht es runter. Ich gehe mal eben kurz in den Keller. Ich habe da noch meine Freundin angebunden. Okay. Also, das ist zumindest, ähm, 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 ich kenne aus der Story die, äh, das, äh, das Biomen. Das Biomen. Das Biomen? Ja, das sah in der Story, sieht das so ähnlich aus. Alles ein bisschen abgekackter, ne? Es gibt da so eine Retro-Story. Es gibt ein Part, wo du dann ein bisschen in der Vergangenheit spielst. Und da ist das so. So, pass mal auf. Papa springt jetzt mal hier rein. Schwupp. Au, 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 au. Jetzt habe ich den Knopf aktiviert. Ah, das muss ich aber richtig teilen. Ah ja, da kommt er. Nein! Du Haar. Äh? Oh, fuck. Ich weiß, wie wir das machen müssen. Alles klar. Alles klar, pass auf, Kollege. Jawohl. Setz du mal bitte dein Portal, ah, das Blaue ist schon richtig. Jetzt setzt du dein Hellblaues da oben drauf. Und jetzt müssen wir das richtig timen. Ich muss springen, dass der Würfel da rausfliegt. Und du musst richtig springen, dass die Würfel in der Luft fangen. Ah! Stellt euch auf eine zweistündige Folge ein. Das wird easy, glaube ich. Gar kein Thema. Bist du schon gesprungen? Nö, 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 nö. Ich mach das jetzt mal. Mach mal. La, 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 la. Jetzt kommt er? Ich springe? Ja, ich glaube aber... Nein! Oh, es war knapp, es war so knapp. Das war gar nicht so schlecht. Das war gar nicht so schlecht. Äh, wie komm ich jetzt zurück? Ach, hier. Ach, hier. Ich muss jetzt mal die Portale neu setzen. Jetzt bist du da unten, wow. Äh. Moment, dann geh ich eben hier durch. Hä? Ach so. Hallo. Und jetzt hier. So. Nächster Versuch. Auf zur neuen Runde. Juhu. Einfach dabei sein, immer wieder frei sein. Oh lol. Ja! Ja, easy! Oh, baby! Easy. Oh ja. Diesmal das Richtige. So. Und... Zack. Dann haben wir das Laser-Ding. Wie ich sehe... Danke. Ah! Warte! Ja, bitte. Kann es sein, dass wir zwei Laser brauchen? Wieso? Weil hier zwei Vierecke auf dem Boden sind. Einer ist da hinten. Ah! Das passt nicht von der Höhe her. Aber du kannst ihn noch anheben. Jaja, schon. Aber ich denke mal, es macht ja keinen Sinn. Ja, jetzt könntest du irgendwas... Was passiert hier? Oh, das Ding hält an. Warum passiert hier was? Was passiert denn hier? Ach, ist doch ganz einfach, was wir machen müssen. Doch nicht. Äh. Was passiert denn da? Passiert jetzt da was? Da passiert was. Achtung, da passiert was. Kennst du das mit dem Typen im Bus? Jaja. Ja. War das mein Freund? Jetzt! Mein Freund, der Baum? Genau der. Ja. Bester Mann. Mitarbeiter des Monats. Ja, jetzt machen wir was. Ich kann die Spannung nicht immer aufrechthalten. Warte, 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 warte. Das ist auch ein Portal. Okay, das bringt mir aber gar... Doch, das bringt was, wenn ich das dann... Ich hasse das. Ich weiß. Ja, und jetzt können wir da irgendwas machen. Cool. Das passt noch nicht ganz. Sekunde. Was können wir denn jetzt machen? Können wir irgendwas unten machen, während das angehalten ist? Da treffe ich nur das da. Wenn ich dich da hinsetze... ...wird das Ganze nicht besser. Achso, jetzt war bloß das. Das war ja bloß das. Wo haben wir denn noch Portalflächen? Da haben wir Portalflächen da. Aber da drüben... Ist da drüben noch so ein Empfänger oder what? Nee, 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 nee. Ich hatte so eine Idee, aber irgendwie funktioniert die nicht. Ach, du willst es von selbst schießen lassen? Nee. Ja, müssen wir ja. Vorne und hinten nicht. Achso! Ah? Äh, Hilfe! Okay, das müssen wir vorher anhalten lassen. Halt es nochmal an, bitte. Warte, ich bin nicht da. Aber ich muss doch auch mal irgendwie da rüber. So, gucken wir uns dann nach drum, würde ich sagen. Klar. Erstmal die wichtigen Sachen. Keiner wird zurückgelassen. Außer Polaroid. Oh, 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 oh. Story of my life. Okay. So, und jetzt habe ich hier eine Portalfläche vielleicht? Habe ich drin eine Portalfläche? Nee, hier drin ist ja wieder die Portale weg. Wenn ich da durchrenne. Ähm. Du hast doch mein... Achso. Das ist ja doof. Deswegen, das Ding muss dauerhaft stehen. Und die Sache ist halt die... Pass auf, Baby, Baby. Läuft hier noch ein Würfel durch zufällig? Ach, zum draufstellen? Nee, weil hier auch zwei... Hier sind zwei, ähm... Hier sind jetzt zwei gelbe Dinge auf dem Boden. Das ist das, was mich verwirrt. Komm mal raus. Kommt man da nochmal rein? Kann man einen zweiten Würfel holen? Ich glaube zwar nicht, aber ja, wir gucken mal. Nee. Schade. Okay, das heißt, das ist nicht die Lösung. Ist da hinten noch irgendwas? Drüben kann man auch noch hin. Hier kann man rein. Hier kann man rein. Aua. Achso. Bringt aber nichts, oder? Und hier kann man runter. Aber da geht's nicht weiter. Okay, alles klar. Ist das eine Portalfläche? Nein, das ist keine Portalfläche. Hm. Gar nicht so einfach. Glaubt, meine Idee war aber nicht falsch. Die ich... Aua. Verdammt nochmal. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Nee, nee. Pass auf. Ich hab... Nee. Okay. Wie schaffen wir das? Wenn ich das Ding hier... Die ganze Zeit steht hier. Ich versuche erstmal viele lustige Sachen. Nicht ganz. Aber fast. Ja, du bist knapp. Au, 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 au. Ähm. Warte mal. Das Ding hier bewegbar? Was bewegbar? Die Wand hier. Das Ding. Kann man das irgendwie hochfahren? Das sah komisch aus, ne? Hier ist auch irgendwas an der Seite dran. Aber, nee. Nicht. Passiert noch irgendwas anderes, wenn man das anhält? Ah, das ist eine gute Frage. Ich glaub nicht, ne? Nö. Wirkt nicht so. Wenn's mir startet... Übersehen wir irgendein Portal... Dingens? Können wir eigentlich da drüben... Da drüben rein? Da bei dem Haus da? Nee, ne? Da drüben geht's nirgendwo. Ich find das raus. Aber wahrscheinlich sterb ich nur. Nee, das geht nicht. Hier ist auch nix zum Portalflächen platzieren. Können wir da nicht irgendwie rein? Ich wüsste nicht wie... Also hier runterspringen mit dem Portal, kommst du nicht genug Speed. Das funktioniert leider schon mal nicht. Ähm. Sag mal, kann doch nicht so... Wenn das ist wieder so super einfach am Ende? Hm, wahrscheinlich ja. Irgendwas überseh ich doch hier. Irgendwas. Aua. Woran hapert's denn hier? Ich weiß nicht. Ähm. Hier drüben ist ja noch ne Schleuse. Aber ich glaub, das wird auch nicht der richtige Lösungsweg sein. Können wir da drüben irgendwo hin? Nee, ne? Nee, da läuft ja auch kein Würfel durch. Kann man das aktivieren da? Nee, da kann man aber auch nirgendwo hin. Irgendwann stellen wir uns grad so blöd an. Oder? Du. Ja, ist klar. Äh. Das kann doch nicht so schwer sein. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich will mal was ausprobieren. Stop, 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 stop. Ich hab ne Idee. Pass auf, jetzt ist der schräg. Der ist jetzt schräg. Der ist schräg. Kannst du mich bitte nochmal durchschicken? Ich guck mal, da hinten, da geht's dann in den nächsten Raum. Ob ich da irgendwas aktivieren kann, dass du da einfach hinterher kommen kannst. Durchschicken? Also mach nochmal das an, bitte. Ach so, meinst du? Ja, ja. Nicht, dass es bloß wirklich so einfach ist, dass da hinten irgendwo ein Raum ist. Oh, 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 oh. Nein! Ach, bist du doch links noch? Ist hier drüben irgendwo ein Ausknopf? Pass mal. Ah, man muss wirklich... Ach so, okay. Mal gucken mal hier jetzt, okay. Ich kann wirklich Blödsinn machen hier irgendwas. Warte mal, hier kann ich bestimmt wieder ein... Ah! Ich bin jetzt hier drin und hier ist nämlich... Ach, krass. Ah, alles klar. Hab ich da drüben noch ein Portal? Nee, die sind ja weg. Aber ich kann hier... Wie komm ich jetzt hier an den... Du kannst ihn doch bestimmt den... Kannst du den hier reinschießen, den Laser? Ja, vielleicht macht er dann irgendwas. Wenn du den Laser hier reinschießen kannst, kann ich ihn hier drinnen weiterleiten. Ach so, reinschießen weiß ich nicht. Nee, kann ich nicht. Obwohl, warte mal. Jetzt mach ich einfach den hier. Doch, warte mal, kann ich vielleicht. Kann ich doch. Was passiert denn, wenn ich... Ach so, wir müssen zwei drücken. Scheiße. Warte mal, da ist er. Doch, das geht durch die Scheibe. Ja, 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 das geht. Das heißt, jetzt mach ich ihn hier. Noch ein bisschen weiter nach links. Obwohl, nee, es passt, es passt, es passt, es passt. Oh, easy. Jetzt kannst du durchspringen. Wie geht das? Der Laser... Ach so war das. Warte, warte, warte. Wieso ist der Laser jetzt ganz weg? Verstehe ich nicht. Weiß nicht, wir haben die Anlage deaktiviert. Wahrscheinlich. So muss es sein. Sie ist tot. Sie ist tot. Okay. Jetzt müssen wir beide hier den Dings drücken, gleichzeitig. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Easy. Ja, siehste. Kurze Spannungskurve gehabt zwischendrin. Auf jeden. Das haben wir bloß simuliert. Also eigentlich wussten wir es von Anfang an. Ja, klar. Aber wisst ihr was? Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, was? Bevor wir weitermachen. Oh mein Gott. Das würde ich sagen, machen wir morgen. Oder im nächsten Part. Ja. Okay. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau rein. Ich auch. Vielen Dank. Ciao. 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 Ciao.